Atschale-Schwarasana oder auch genannt Atschale-Schwara, die Stellung von Shiva. Nilakanta zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen und dann ziehe die Füße nach oben zum Brustkorb in. Und dann halte die Füße dort. Atschale-Schwara ist eine Bezeichnung von Shiva. Atschala heißt unbewegt, Ishwara heißt Gott. Atschale-Schwara ist die Stellung des unbewegten Gottes. Und Atschale-Schwara ist ein Name von Shiva. Atschale-Schwara ist aber auch die Bezeichnung oder der Name einer der 84 Nath-Siddhas, nach denen die Asanas benannt sind. Shiva hat 8.400.000 Asanas gelehrt. Von denen sind 84 besonders wichtig. Es gibt in verschiedenen Hatha-Yoga-Traditionen unterschiedliche Asanas, die als die 84 Haupt-Asanas bezeichnet werden. In einer Tradition sind alle 84 nach den Namen von 84 Siddhas bezeichnet. Atschale-Schwara bzw. Atschale-Schwara-Asana ist ein Gleichgewichts-Asana, das gleichzeitig Hüften- und Knieflexibilität entwickelt. Dadurch, dass die Fersen in Nabelgegend sind und die Zehen am Brustkorb, wird Manipura und Anahata-Chakra aktiviert. Mehr Infos zu diesem und anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Atschale-Schwara